Hallo und herzlich Willkommen zurück bei GTA Wild City. Und weiter geht's mit dieser Mission V, direkt vor der Tür. Der Weg in der Stadt ist jetzt. Es ist alles für uns. Wir müssen siezen, Territory. Und wir müssen die VICE-City wissen, wie die neue Spieler in der Stadt. Was ich sagen? Was du brauchen ist ein Legitimant Front, Tommy. Real Estate. Es hat mir niemals gemacht. Wir müssen sie nutzen, oder wir können all diese Arbeit geben. Local Business, die D.S. ist dead, und sie sind zu bezahlen. Oh, wir könnten versuchen bribery. Bibery? Screw bribery. Ich zeige euch, wie sie sie fühlen. Ich werde hier in fünf Minuten. Dann wollen wir uns mal zum Einkaufszentrum bewegen. Demoliert die Schaufenster. Ja. Erstmal müssen wir da rüber. Dann wollen wir mal. Also, ist das doch die richtige Waffe? Ja. Dann wollen wir den Schaufenster. Dann wollen wir den Schaufenster. Ich sehe ihn. Ich habe einen Schaufenster. So, dann nur ist das auch noch. Ach. My livelihood, destroyed! Versetti, remember the name! I may have to hurt you! My beautiful window display! I'm in the ass for protection! I run this town now! Me! What? Oh, can I buy? Schön! Shopey, Shopey! Okay, steh dich in die Markierung und drücke die Tab-Taste, um das Objekt zu kaufen! Ja, warum nicht? Erstmal raus da! Mission erfüllt! 2000 Dollar! Nice! Okay, dann fahren wir mal schnell zu diesem Objekt los, was ich kaufen kann und dann, let's go! Oh! Winter! Nee, Handy jetzt nicht! Ich muss gucken! Oh, ich muss erst auf den... Ich muss erst dieses Handy... Ja, wer ist denn da? Ja! 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 So viel habe ich nicht! Ja! Okay! So! Wenn es noch nicht erschienen ist, abonniert meinen Kanal! Aktiviert die Glocke, um keine weiteren GTA Y-City-Folgen mehr zu verpassen! Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst und mir zugeschaut hast und mehr so viel Spaß hattest wie ich! Wir sehen uns dann hauptsächlich morgen ab 12 Uhr wieder auf meinem Kanal bei GTA Y-City! Und ich sage mal Ciao mit V! Tschüss!